Ciao Leute, willkommen hier zu einem neuen Video unter Dachten wir mal, machen wir wieder ein Video, wo ich auf meine alten Videos reagiere und damit sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß, bis gleich. So, dann wären wir euch jetzt hier und zwar habe ich mir gedacht, guck mal in das Video, Minecraft Online, Bedwurst 04, wieder ein Hacker von DorfWonade, also vorher hieß ich ja bei YouTube, DorfWonade, ja und wir sind jetzt viel Spaß und ich bin mal gespannt, wie da mal eine Stimme war und ja, los geht's. Und Leute, ich habe das Video ja wieder online gestellt, ähm, weil, ich weiß es nicht, also ich habe mal wieder ein paar eisigies online gestellt und ja, jetzt aber, let's go. Alles klar, fliegt doch nicht. Ja, get out! Ja, Leute, meine Stimme war wieder ein bisschen anders, kann man auch merken und ein bisschen leiser. Das war noch mal, als ich so ein großes Mikrofon hatte, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe mir jetzt auch ein bisschen gekauft, vielleicht jetzt ein bisschen besser und bald habe ich mir auch ein neues Mikrofon, das finde ich doch besser. Und ja, Leute, guckt euch jetzt mal wieder mein Intro an. Das war mal, ich weiß nicht, das erste oder das zweite Intro, was ich je hatte und guckt euch das bitte an. Ja gut, das war ein Template von YouTube, aber geil. Ja, guck mal, guck mal ein bisschen weiter. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft. Man kann wieder gar nichts verstehen, Gigi, sogar die Minecraft-Tunals, die waren lauter als ich. Alles klar läuft. Brrr. Was? Was hab ich denn da gemacht? Wie soll hab ich denn so einen Übergang rein gemacht? Hä? Man versteht gar nicht, Leute. Man versteht wirklich gar nicht. Ich muss mal ganz kurz vor, wo der angebliche Hacker war. Da gucken wir mal. Okay, Leute, ähm, wo war das denn ungefähr, wo der angebliche Hacker war? Ähm, ich sprühe mal kurz bis dahin vor. Ich bin aber ganz kurz in den Kasten und dann bis gleich. So, Leute, hier ist der angebliche Hacker, glaube ich. Müsste eigentlich sein. Und ja, mal gucken jetzt. Alles klar, fliegt doch nicht. Alles klar, fliegt doch nicht. Ähm, der ist geflogen. Aber auch egal. Ja, genau. Ja. Ha, Leute, ähm, also, ich würd sagen, dass der gehackt hat. Ihr könnt mal gerne auch in die Kommentare schreiben, jetzt, ob, was ihr meint, ob der hackt oder auch nicht. Können wir jetzt in die Kommentare schreiben und, ja. Oh, ja, doch noch mehr Hacks an. Haha, fach dir noch mehr Hacks an. Da fahr dich einfach so, Leute. Also, es gibt, ja. Nice, läuft bei mir, Leute. Äh, äh. So, dann wird dann noch ein, ein kurzes Video und dann bis gleich, bis zum nächsten Video. Äh, äh. Und, Leute, guck mal, auch die Qualität. Die Qualität. Okay, egal, weiter geht's mit dem nächsten Video. Hallo? Oh, der Cien. So Leute, jetzt werden wir euch bei dem zweiten Video und bei dem Video habe ich irgendeinen Effekt im Video hinzugefügt. Egal, Lotte, ihr habt immer viel Spaß. Hallo, Lotte und herzlich willkommen. Aber da, wo wir sagen, wo meine Stimme ist schon ein bisschen lauter, oder? Wenn wir noch 100 von Minecraft-Gerl, wo du endlich gehst, gehst du auf das Programm wieder und jetzt geht's wieder los. Mit zwei neuen Kids. Zuerst. Mit zwei neuen Kids, Alter. Ihr fangt schon fast alle und da hat ihr erst zwei. What the fuck? Sollte, dass schon hier drin bin, aber irgendwie hat die Opfer nicht geklappt. Ach so, wir haben neue Max, schon nichts. Also wir haben schon den Sonic da. Und ja, wir haben eine neue Kids, einmal den Tank-Kids. Ah, da habt ihr schon 720p, ah, ist klar, okay. Ja, läuft bei mir, oder, Leute? Schauen wir mal kurz ein bisschen vor. Oh, wir haben eine Angel. Okay, kann man mal machen. Neues Texturen-Pack-Frage-Za- Hä? Ja, ja, ich war der alte Gelagg hat, früber. What the fuck, Mann. Oh, ich muss kurz öfter da. Ach, what the fuck, Leute. Ach, what the fuck, Leute. Okay, geil. Wir machen ein kurzes anderes Video. So, Leute, wenn wir auch jetzt bei dem letzten Video. Ja, ja, kann man schon mal sehen. Geil, oder? Und schon hat das Boybot 01, was redet denn nur? Okay, gucken wir mal rein. Äh, Qualität. Äh, ist ja okay, ist okay. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und von... Was sag ich denn da? Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. What the fuck, was sag ich da? Hab ich irgendwas gesoffen, oder was? Geil, haha. Und, Freunde, machen wir mal Clarebot, zum Beispiel Boybot. Es ist noch nicht... Mein Mikro rauscht auch wie saueres, wenn ich das immer dran reibe, Alter. What the fuck. Ich hab mir den Kanal gebracht, und erst mal so schnell neben mir. Hallo. Und hier sind wir gefragt, ob der... Man versteht wieder gar nichts, nice. Ich hab' alles besser. Und hab' ich mal einfach... Man versteht nichts. Und Leute, guck mal da oben den Tab. Ich hab' zweimal Minecraft offen. What the fuck. So, Leute, wir haben was da bei den wirklichen letzten Videos. Und zwar war das Minecraft Online Aura PvP mit Philipp. Gucken wir mal rein. Äh, immer noch. Joa, aber ist okay, oder? Okay, klar, geht's rein. Hallo, Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft Aura mit Philipp. Hi, Leute. Äh, ja, okay. Ich hole was mit Philipp mit den Kuren da, geil. Ich hab' gerade zuerst auch umgefunden, auf den Klicken. Herzlich willkommen zu einer weiteren... Ha! Dann macht da auch einfach die Ansage, drei läuft. ...der Aura PvP mit dem Pascal. Das zeigt sich wieder auf diesem Kanal. Joa. Warte, guck mal, ich hab' jetzt 350 Videos. Und das heißt, man zweit ist alles, klar. Wann war das denn? 2015. 2015. Okay. Und warte, ich hab' mal ganz oben. So geil, geil. Mein Mikro schon wieder. Wieso hab' ich so eins gehabt früher auch? What the fuck? So, aber wir sagen, was ist auch jetzt von diesem kleinen Video? Und noch klein nicht, ähm. Wir sagen, was ist auch jetzt von diesem kleinen Video? Und dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.